Willkommen zum zweiten Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Ich bin Christoph und im Vorstand und eröffne hier den Winterkongress zusammen mit Arlet, der Programmverantwortlichen von Karl der Dose. Dieses Jahr sollte der Winterkongress nicht sofort wieder ausverkauft sein. Darum haben wir die Platzzahl verdoppelt und die Eröffnung schließt hier in der Helferei. Dass unser Plan nicht aufgeht, war nach dem Call for Papers recht klar. Wir durften oder mussten aus vielen spannenden Vorschlägen für Referate und Workshops auswählen. Wenige Tage nach dem Verkaufsstart waren wir dann wieder ausverkauft. Wir freuen uns natürlich sehr, dass unser Programm und unsere Aktivitäten auf großes Interesse stoßen. Dem meisten hier muss ich die digitale Gesellschaft nicht vorstellen. Und wer die digitale Gesellschaft noch nicht kennt und jetzt hier sitzt, wird heute garantiert einen Einblick in unsere Arbeit bekommen und vielleicht auch Lust mitzumachen. Die digitale Gesellschaft hat sich gewandelt von einer Austauschplattform zu einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder NGO. Im Mittelpunkt steht aber immer noch die Zusammenarbeit Freiwilliger mit verschiedensten Hintergründen. Beruflich wie persönlich. Uns ist gemeinsam, dass gesellschaftliche Fragen nicht zu kompliziert oder zu technisch sind, sondern halt einfach erklärt und diskutiert werden müssen. So kämpft die digitale Gesellschaft für Grund- und Menschenrechte in einer vernetzten Welt. In tausenden Stunden von freiwilliger Arbeit vermitteln wir Grundlagen und kämpfen rechtlich, demokratisch und aktivistisch dafür, dass wichtige gesellschaftliche Fragen trotz ihrer Komplexität öffentlich diskutiert werden. An dieser Stelle ein grosser Dank an alle, die mitmachen und sich engagieren. Wir sind auch ein Verein, wie man das hat so in der Schweiz ist. Als Vorstand dieses gemeinnützigen Vereins bedanke ich mich auch bei allen Mitgliedern, Spendern und besonders bei Kirche, unserem Geschäftsführer. Die Digitalisierung ermöglicht Mobilität und räumliche Unabhängigkeit. Einen Ort für unsere Veranstaltung brauchen wir dennoch. Diesen haben wir in Karl der Große gefunden. Wir veranstalten hier unseren Winterkongress, aber auch unsere gemeinsame Veranstaltung 2K Digital, das nächste Mal am 11. April zum Thema Dateneigentum. Und nun möchte ich Arlette das Wort geben und sie wird euch einiges zum Ablauf und zum heutigen Tag noch erzählen. Ja, danke Christoph. Im Namen von Karl auch noch ganz ein herzliches Willkommen zum zweiten gewachsenen Winterkongress. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zuerst einmal leer geschluckt habe, als mit Kirche und Christoph erzählt haben, dass sie gerne wachsen würden und zwar noch nicht so groß. 250 Leute und 30 Wordshops, das sind für Karl ungewohnte oder unbekannte Größenordnungen, schon rein aus Platzgründe. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir Ja gesagt haben und wir wären nicht kalt, wenn wir nicht Ja gesagt hätten. Denn was die digitale Gesellschaft und alle ihre Helferinnen und Helfer hier organisiert haben, ist eigentlich genau das, was wir den Karl unterstützen möchten. Der Karl ist Teil von der städtischen Soziokultur und wir haben die Möglichkeit, unser schönes Haus engagierten Menschen zur Verfügung zu stellen, die Veranstaltungen organisieren möchten. Und die digitale Gesellschaft ist eben ein Paradebeispiel dafür, wie das funktioniert. Denn, ja, unsere Zusammenarbeit hat begonnen mit einigen kleinen Workshop-Abenden, die wir sogar noch vom Karl aus initiiert haben. Und heute übernimmt ihr das ganze Haus, bringt hochkarantige Gäste mit, organisiert alles selbst und wir vom Karl tragen eigentlich nur noch ein paar Stühle herum. So sollte es sein. Ja, und heute ist natürlich aber auch für uns ein Traum, um ein bisschen Werbung zu machen. Also, wenn euch das Haus gefällt, wenn ihr selbst mal etwas organisieren möchtet, wir unterstützen euch sehr gerne in Tat kräftig. Ja, jetzt aber gehen wir zu uns und mehr zu dem, was euch heute erwartet und wieso ihr alle hier seid. Das Programm kennt ihr ja alle schon. Wir beginnen hier gleich mit der Keynote und danach finden jeweils vier parallele Veranstaltungen statt. Eine hier und drei drüben im Karl. Es ist alles beschriftet. Es stehen überall Helfer herum. Ihr solltet euch nicht verlaufen und alles finden. Für Verpflegung ist auch gesorgt. Das Restaurant ist den ganzen Tag geöffnet, nur für uns. Wir machen zwei größere Pausen nach einer Stunde. Ihr könnt euch dann verpflegen, aber vielleicht dann auch nicht unbedingt alle genau da. Also, verteilt euch doch, verteilt euch auch im ganzen Haus. Alle Räume sind für uns reserviert. Ihr sucht euch einen Platz zum Essen, macht es euch gemütlich. Ja, seid willkommen im Karl. Eine kleine Programm-Endung gibt es schon anstelle des Beitrags über Messenger. Gibt es neu einen Bericht über die neuesten Entwicklungen im Urheberrecht. Genau, das soll ich euch noch mitteilen. Ja, das ist eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich wünsche euch ganz einen spannenden Tag. Ja, mir bleibt eigentlich nur noch, danke zu sagen, der Bot. Sie ist unser Medienpartner und unterstützt uns bei unserer Werbung. Es liegen auch gedruckte Zeitungen auf. Also, falls ihr das noch sehen möchtet, wie das aussieht, nehmt euch ein und nehmt sie vor allem. Genau, also wir wünschen euch einen schönen, spannenden, inspirierenden Tag. Und sehen uns hier wieder um halb neun zum Schluss fort. Unter Light Laptop Performance Sound & Vision des Künstlerduos Lime Code. Viel Spass.